Ich sehe etwas da oben. Ah, da. Äh, weiß ich nicht, muss ich gleich gucken. What? Mann, die Viecher können laufen. Meins, wo ich, ähm, das hier gerade, ne? Da ist ein Rabe. Hm. Naja, Rabe denn auch gut, davon gibt es so viele. Verschlossen. Suche einen anderen Eingang. Hey, ewige Frost. Geil. Auge der Runenmeisterung. Legendärer Zauberer. Littner starten während eines Runenangriffs. Cool. Alles klar, Fiona. Mal's gut. Da ist die zweite, da ist die dritte. Hm. Mh. Mh. Wenn ich mich hier instelle. Da treffe ich alles. Wenn man dann trifft. Dann rausgereicht. Apfel. Apfel. Nö. Hörnchen. Ich brauche noch einen Apfel. Ach ne, warte mal. Den Apfel hatte ich ja jetzt schon. Ich fange ja gerade wieder von vorne an dabei. Warte mal. Hier ist ne Kiste. Alter, wie viele Welten schuppen ich bekomme. Nur weil ich diese Missionen hier mache. oder allgemein hier am rumdänzen bin. Ja, das, ja. Ob ich so viel davon brauche? Ja. Mhm. Was man hat, das hat man. So. Hm. Da ist ein Gummiadler in grün. Mist. Aber so. Alter. Noch 31 ähm, Raben. Boah. Zugangstein an dem Sockel verwenden. Ne, ich will nicht den Sockel verwenden. Ich will mal hier die Tür öffnen. Jetzt kann sie ja nicht mehr verschlossen sein. Ja. Sehr gut. Junge. Ja, Papa. Wettsteinsuchen. Okay. Ähm. Ah. Oh, Junge, stehe mir doch nicht im Weg. Hallo. Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööohööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööauöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh Mist, da hat er nicht richtig reagiert. Oh Mist. Äh, der Junge hat den anderen Blatt gemacht? Noo. Mit der, mit der, mit der Axt hatte ich ihn ja schon angegriffen gehabt, ne? Mit dem Wurf. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Zwar weniger für mich zu metzeln, aber nicht schlecht. Finde ich gut. Pafnys Zugang steigt, danke. Oh, ein bisschen Heilung. Finde ich sehr schön. Dum, 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 dum. Oh nein, wie süß. Oh. Ups. Darf ich jetzt? Sie haben dich überrumpelt. Ich war nicht bereit. Genau. Dum, 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 dum. Ich hasse dieses Giftzeug. Schlaohn secre. Oh Leo, ich weiß nicht. Du kommst��そうそう in oben. Oh nicht. Ich hab das Geyser. Okay. Oh nein. hoffentlich ist Zugangsstein besonders weil es den Gegnern keinen Schaden macht, sondern nur dir ich liebe die Sachsen ich habe hier ein gutes Gefühl wieso nicht da lag hallo oh ich hasse Hexen ja knack das gefällt mir so böse böse hexe ja ha 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 gefällt mir ich habe mich wohl getäuscht wird die Hexe jetzt zum Boxsacki ja ha 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 Zugangsstein ja gut dass wir alle keine Hexen sind man weiß ja nie wir müssen ja mal nachgucken ich liebe dich mein Schatz juhu ja 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 immer was von dir also von daher ey das müsste die vorletzte kann man denn sein ne hier zu merken Oh Hülphys Platz Was das denn? Aaaaaaah! Ah, da kommen hier immer mehr. Ich kann ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass ihr eingefroren seid. Hoffen nicht, wo es nichts zu hoffen gibt. Naja, für den Jungen halt, ne? Wolf auf Eis, hm. Also wenn man ihn dann streichelt, muss sich das cool anfühlen. So bei den Haarspitzen, so kleine Akupunkturnadel. Ich bin mal wieder richtig krass geheilt, ey. Oh, was freust du dich noch? Haben wir nix. Oh, guck! Junge, lauf am besten genau geradeaus und falls ein Feind kommt, halt einfach still. Oh, meine Kiste. Willst du auf meine Leiche pissen? So undankbarer Kleist. Ich will auf deine Leiche nicht pissen. Ich will das hier haben. Wie krass! Das Ding ist ja geil! Das Ding ist ja krass! Oh, das Ding ist ja krass! Oh, Mann! Oh, was willst du jetzt? Wir suchen einen Wettstein. Wo ist er? Tja, es war einer in diesem Raum. Mein Sohn schärfte seinen Deuchterern und stach ihn mir dann in den Rücken. Was? Dieser Mistkerl wollte offenbar das Kommando über meine Leute. Ich war hart zu ihm, ja. Es kam nicht mal überraschend. Ich tat dasselbe, als ich in seinem Alter war. Er tötete seinen Vater? Wo ist er jetzt? Er ist zwei Mistkerl, aber er ist mein Mistkerl. Ich werde dir nicht helfen, Nare. Dann hilft mir sein Dolch. Hey! Der gehört mir! Hey! Komm, Junge. Wir gehen. Danke für dich haben! Aber nicht mit den Viechern, ey! Weg mit dir! Haben wir hier noch einen? Komm, Digga. Ich brauche dich mal. Nee! Ich glaube, dein Collagen hier. Der hat was Böses über deine Mami gesagt. Ach, stimmt ja. Ich seine eigene Mami. Hä? Hä? Wo war's? Ich kann hier einen guten Zahnarzt empfehlen. Der Kiefer sah ziemlich derangiert aus. Der Kiefer sah ziemlich derangiert aus. Guck mal, ne? Guck mal, ne? Guck mal, wie sieht das hier schon aus. Guck mal, wie das Wasser runterfällt und so, ne? Dann geht's zurück, zurück, zurück. Ah, guck mal, jetzt kommen wir zu jedem Raum. Cool. Ja, klar. Er war wohl kein toller Vater, aber... Du kennst nur die halbe Geschichte. Mag sein. Ich weiß, dass ich gegen ihn kämpfen muss. Gefällt mir nicht. Da geht mir vor, wenn ich gegen die Fieder nicht kämpfen muss. Oh, freundschaftsmäßig, ne? Mach's noch mal, Johnny. Böser, böser, böser Stein. Böser, böser, böser Stein. Schon komisch, dieses Wurzelgemüse. Dieses Wurzelgemüse als Herz zu bezeichnen. Was ist denn, Junge, in Ruhe? Er macht ausnahmsweise jemals einen guten Job. Wie so wie auf der Playstation. Ja, ein Upgrade, genau. Ah, wir sind jetzt gegen Gift. Vergessen das Herz. Cool. Jetzt hab ich drei Stück zusammen. Wie gesagt, hier muss ich gegen die Kämpfe haben. Ich brauche ja dieses Herz dafür jeweils. Aber das war's hier, ne? Ja. Laufen wir jetzt mal zurück zu Sintri. Um meine Axt aufzuwerben. Ich brauche auch mal wieder ein Power-Up, du. Hey, ich hab ja auch kaum Punkte gehabt, ne? Um ihn auszurüsten. Da war ich ja froh, dass ich mich ausrüsten konnte, so einigermaßen. Hm. Funktioniert. Ah. Ich schratze im Urin, dass hier so ein komisches Vieh lang fladdert. Nur noch 30. Hm. Alles man ist verräter, so toll. Aktiviert, um die Zeit zu verlangsamen. In diesem Modus sind Fernangriffe wirkungsvoller. Langweilig. Hört die Klappe. Ich will meine Axt aufhärten. Er meinte, er gehöre zu einem größeren Clan. Vielleicht haben die den Witzstein. Ich hab doch ne Frostflamme. Wo ist die hin? Seine Machart kommt mir bekannt vor. Ich bin der Meinung, das war ne Frostflamme. Echt? Ich bin der Meinung, das wäre das gewesen. Pals meines Verräters. Na gut, dann wird eben erstmal weiter herumgestreut. So, dann haben wir doch da auch schon mal wieder alles erledigt. Niefelheim, ja ist klar. Niefelheim Sprachschrift vervollständigen, ist klar. Welten Tisch benutzen, um nach... Ja, das müssen wir auch noch machen. Und Brock bei Land zu Minen treffen. Was siehst du? Ja. Müssen wir dann auch noch machen. Holla die Waldfee. Mann, Mann, Mann. Das ist ja dann... Das war glaube ich Brock, ne? Ja, Brock. Die Insel des Sees ist ja kurz offen und angelegt. Ich bin der Meinung, dass ich da doch schon war, aber... Na jo, na jo, na jo. Egal Leute, ich mach jetzt erstmal Feierabend. Auch wenn ich noch definitiv weitermachen könnte. War ja einfach spitz drauf drin, weiterzumachen. Aber ich werd jetzt einfach Feierabend machen. Von daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Denn ich bin erstmal raus für heute. Ciao, tschü und bye, bye.